An einem schwerblütigen Abend im August 1970 saß Jürgen Mertens in der Schiffergesellschaft. Bierschaum im Schnauzbart, Schweißperlen auf der Stirn, ein Zettel mit Notizen in der Hemdtasche. Für den Notfall. Frau meines Lebens, Wiege meiner Gedanken, Elixier meiner Träume und so weiter und sofort hoffnungslos schwülstiges Zeug, weil man das, was er wirklich fühlte, schlecht bei einem Heiratsantrag vorbringen konnte. Freya war irgendwie unausweichlich. Nicht, weil sie sich aufdrängte, ganz im Gegenteil, sie ließ kaum eine Gelegenheit aus, sich rar zu machen. Es war eher so, irgendein Wind hatte ihn vor ihre Ufer gespült und jetzt kam er nicht mehr dort weg. Ihre rauchige Stimme ließ ihn nicht mehr los, dieses schwarze Haar, das so würzig roch und das lang genug war, dass Jürgen davon träumen konnte, es sich um den Leib zu wickeln. Ihre Augen, die sich ihm nie ganz öffneten, die ihm immer das Gefühl gaben, dass noch ein Geheimnis zu lüften, eine Hürde zu nehmen sei. Jürgen trank sein drittes Bier. Freya war schon eine Stunde zu spät. Das Lokal war voll, er saß ganz außen an einer der langen, dunklen Bänke. Er wusste, dass Freya die Schiffergesellschaft liebte für ihre rußgeschwärzten Decken, die rauchgeschwärzten Wandgemälde, die alten Seefahrerbänke und die massiven Tische, an denen zwanzig Leute Platz hatten und die so alt waren, dass sie sich zur Mitte hin absenkten. Aber wen bitte, wollte Jürgen denn verhohne piepeln mit einem Heiratsantrag, ausgesprochen zwischen Krabbensuppe und Lapskaus. Als nebenan der Nachtisch serviert wurde und Jürgen sein viertes Bier verzehrt hatte, stieg leise wie aus weiter Ferne eine Westernmelodie in ihm auf. Eine Melodie, die Helden macht. Jürgen ging nicht zu Freya in die Gröpelgrube, weil er noch Zuversicht hegte, was ihre Antwort anging. Er ging, weil Helden keinen schweren Gang meiden, weil Helden zu Ende brachten, was sie sich vorgenommen hatten, auch wenn sie allein gegen eine ganze Stadt standen. Er ließ sich nicht von einer Frau versetzen an genau dem Abend, an dem er ihr einen Heiratsantrag machen wollte. Möglicherweise hatte sie ihre Verabredung einfach vergessen. Das wäre nicht ungewöhnlich. Freya war zerstreut. Möglicherweise wollte sie ihn nicht mehr sehen, auch das würde ihn nicht wundern. Aber er würde ihr heute Abend einen Heiratsantrag machen, selbst wenn sie mit fettigen Haaren vor dem Fernseher lag. Wenn Freya Petersen ihn abservieren wollte, sollte sie wissen, dass sie jemanden zurückwies, der ihr sein Leben zu Füßen legte. Jürgen schüttelte den Kopf, das musste er anders ausdrücken, weniger demütig. Aber er würde zusehen, dass sie genügend Informationen hatte, um den Ernst der Lage zu überblicken. Jürgens Koteletten waren extra lang und fett. Er trug glänzend schwarze Korthosen mit beeindruckendem Schlag und ein gebügeltes Hemd. Es war das zweite Mal überhaupt, dass er in das Haus in der Gröppelgrube ging. Bisher hatten sie die Nächte bei ihm verbracht, denn Jürgen wohnte allein. In der Gröppelgrube aber herrschte Freyas Vater, Christoph Petersen. Dem Jürgen bei einem äußerst angespannten Abendessen mit verkochten Erbsen, ledrigem Braten und etwas zu festen Kartoffeln vorgestellt worden war. Christoph Petersen hatte viel getrunken, ohne betrunken zu werden. Er hatte Jürgen wenig gefragt, seinen Antworten zerstreut zugehört und ansonsten geschwiegen. Freya und Jürgen hatten deshalb ein absurd biederes und höfliches Gespräch miteinander geführt. Ein Gespräch, als wären sie einander vollkommen unbekannt. Jürgen hörte sich selber reden, schaute fasziniert der Metamorphose seiner Geliebten zu und war mehr belustigt als genervt. Diese Frau, die Jürgen im Skat schlug und unter den Tisch trank, palaverte vom Wetter den unverschämten Preisen und wollte ihm das Rezept für ihren schrecklich misslungenen Braten geben. Die Frau, die da vor ihm saß, hatte keinen Beruf und keine Leidenschaft. Das hatte Jürgen weder besonders verunsichert noch verwundert. Was ihn wirklich überrascht hatte, war, wie sehr Freya den Zuspruch ihres Vaters zu brauchen schien. Sie war keine 18, sie war 28 Jahre alt. Er hatte sie als emanzipiert, selbstsicher und sehr energisch kennengelernt. Und jetzt sah er, wie diese stolze Frau, nach jedem Satz, den Jürgen hervorbrachte, ihrem Vater nervöse Blicke zuwarf. Freya versuchte, diesem stoischen Mann, dem nichts auf der Welt gleichgültiger zu sein schien als Jürgen, ein Zeichen der Zustimmung abzuringen. Freya hatte viel von ihrem Vater erzählt, von seiner Melancholie, der harten Kindheit, dem harten Leben, von seiner selbst aufopfernden Fürsorge und seiner Einsamkeit. Der Mann, der hier saß, war nicht der Mann ihrer Erzählungen. Er fragte sich, womit Christoph die liebevolle Dankbarkeit verdient haben könnte, mit der Freya von ihrem Vater sprach. Denn der alte Mann schien auch an seiner Tochter nicht sonderlich interessiert. Sie hatte immer wieder davon gesprochen, dass ihr Vater sie ganz allein großgezogen hatte. Als wäre es eine besondere Leistung, das Kind nicht ausgesetzt zu haben, nachdem die Mutter in die Trave gegangen war. Als Jürgen die Mine sah, mit der Christoph Petersen das zähe Fleischschnitt, dachte er, dass es viele Wege gab, die eigenen Unzulänglichkeiten zu verbergen. Zum Beispiel, indem man einem Kind zeigte, dass es kaum der Mühe wert, dass es eine Last war. Jürgen betrachtete diesen 71-jährigen Mann, der entweder auf seinen Teller oder aus dem Fenster schaute, während Freya vollkommen selbstvergessen auf Jürgen einplapperte. Christoph Maria Petersen strahlte etwas Hilfloses, aber auch etwas Bedrohliches aus. Man musste ihn retten, das fühlte er ganz deutlich, aber Petersen war auch gefährlich. Einer, der die helfende Hand ergriff und mit aller Kraft mit sich ins dunkle, eisige Wasser zog. Seine Qual füllte den ganzen Raum. Seine persönliche Hölle war Freyas Heimat. Als Jürgen sah, in welcher Atmosphäre sie aufgewachsen war, verstand er, warum Freya sich oft so alt fühlte. Er verstand auch, warum sie sich jetzt verhielt wie ein junges Mädchen aus der Jahrhundertwende. Jürgen Mertens dachte, mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Mit dem stimmt ganz gewaltig was nicht. Und da hatte er den fehlenden Schatten noch gar nicht gesehen. Wenn Vielen Dank.